Wunderschöner guten Morgen hier und deswegen geht's gleich weiter. Auf Kohle zu stoßen, das wäre jetzt eigentlich wertvoll. Wollte ich gerade überlegen, in dieser einen Höhle, wo wir bauen, da war Kohle. Na gut, dann können wir uns das anschauen. Also, da kommt doch schon was zusammen. Also, wir können uns das anschauen. Also, wir können uns das anschauen. Also, wir können uns das anschauen. Sicher, mal noch eine. Also, wir können uns das anschauen. Also, wir können uns das anschauen. Das ist schon cool Vielen Dank. 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 Und uns das bisschen näher jetzt anschauen. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird die Küche. Vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht. dass ich da so viel brauche. Okay. Wir gehen mal wieder schlafen. Und... Und... Okay. Okay. So, das machen wir... Okay. 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 20 Stunden wieder! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut 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 Jetzt brauchen wir aber nur am Boden Gut 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Oei, het is los. So, die Baustelle ist fast komplett. Also, wir haben schon mal eine Ebene fast so gut fertig. Da fehlen jetzt wirklich nur die Mauer und der Boden bei manchen Sachen. So, da fehlt es halt im Grunde noch jetzt. Jetzt werden wir das aber dann oben auch eintangeln müssen. Das ist ja auch mal wieder. Das ist ja auch mal wieder. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Bingo Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen Gut, dann ist diese Etage mal fertig und jetzt müssen wir nur das hier so machen So, gut, das war es aber jetzt mit der Folge, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann und dann, ciao.